Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PDexperts. Wir helfen Firmen bei der Verwendung und Einführung von CRMs, insbesondere PipeRoy. Es gibt ein Thema, mit dem ich mich besonders gern beschäftige, nämlich Datenschutz. Aber das ist wie mit Corona, es ist da, ich mag es nicht, aber ich muss mich trotzdem damit beschäftigen. Heute haben wir jemanden zu Gast, der sich freiwillig damit beschäftigt. Das ist der Hauke Gerdei von datenschutzexperte.de. Hallo Hauke. Hallo Bernd, schön, dass ich heute da bin. Ja, herzlich willkommen. Hauke, warum beschäftigst du dich freiwillig mit Datenschutz? Ja, ich muss mich beruflicher Natur damit beschäftigen. Datenschutz ist ein sehr interessantes Feld. Es klingt auf den ersten Klick sehr trocken. Ehrlich gesagt kriege ich diese Antwort auch öfters mal auf Dates rein. Aber Datenschutz ist ja nicht mehr so trocken, wie man es denkt, weil durch die Digitalisierung, durch jetzt auch brandbeschleuniger Corona, ist die Digitalisierung so vorangeschritten. Wir haben jetzt, wie wir jetzt, machen alle Videocalls. Du hast eigentlich generell Meetings online, Webinare werden darüber gehalten. Du hast Drittland-Transfers, die super interessant sind. Du hast eben auch CRMs. Welche Daten darf ich speichern? Welche Daten, wie lange darf ich sie speichern? Also es ist super vielfältiges Feld gewesen. Es ist dynamisch, es bewegt sich extrem. Es ist nicht so statisch wie andere Gesetzgebungen. Und mein Background ist halt, dass ich vom Jura studiert habe, mich immer für den IT-Rechtssektor interessiert habe. Und dann kam ich halt zum jetzigen Standpunkt zum Datenschutzrecht und bin eigentlich recht zufrieden damit. Und ich glaube auch, da wird sich noch vielen in Zukunft tun, weil Datenschutzrecht denkt man immer nur an, ja Name, E-Mail-Adresse vielleicht schützen. Aber es ist halt auch, darunter fällt auch jegliche Online-Kennung. Und damit sind wir halt wirklich up-to-date und ständig auf der Jagd sozusagen, personenbezogene Daten zu schützen. Du kannst ja ein bisschen wie beim Doping vorstellen. Das Doping ist immer ein Schritt voraus. So ist es wahrscheinlich auch mit personenbezogenen Daten im Marketing, die ich erheben darf. Die müssen sich vielleicht auch immer wieder das Neue ausdenken. Wie kann ich den Roadrunner sozusagen entkommen? Genau, so ist es. Nein, es ist ein spannendes Thema. Das ist gar keine Frage. Das, was ich nur merke, ist, es wissen die wenigsten Firmen, wie sie tatsächlich richtig umgehen können. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen, welche Daten darf ich im CRM jetzt tatsächlich abspeichern? Unser Thema heute. Deswegen erste Frage, kann man das grundsätzlich so sagen, wann ich Daten von meinen potenziellen Kunden oder Kunden im CRM abspeichern darf? Ja klar, also im Endeffekt darfst du halt Interessenten und Kundendaten immer im CRM abspeichern. Du musst dir aber immer die Frage stellen, für welchen Zweck darf ich sie abspeichern? Also ich darf sie eigentlich nur für einen gewissen Zweck abspeichern und benötigen. Und ich muss auch gewisse Prinzipien einhalten. Also ich muss sagen, ich muss schauen auf Datensparsamkeit muss ich achten und auf den Zweckbindungsgrundsatz. Das heißt, immer nur dann darf ich personenbeziehende Daten speichern, wenn ich sie für einen unbedingten Zweck verwenden darf. Zum Beispiel zur Vertragsabwicklung. Also wenn ich vertragsrelevante Kundendaten habe. Ich darf also nicht zum Beispiel Informationen über den Familienstand, Hobbys oder ähnliche persönliche Informationen speichern, weil das hat nichts mit dem Zweck, mit der Vertragsabwicklung zu tun und sind unnötige Informationen. Und da würde ich eben gegen diesen Grundsatz der Datensparsamkeit verstoßen. Was ist jetzt, wenn mein Ansprechpartner einen Hund hat und der heißt Wuffe? Und das ist sein bester Freund. Und mein Kunde erzählt mir permanent von seinem Lieblingsfreund, dem Wuffe. Und ich sage jetzt, es ist wichtig, zu wissen, dass sein Hund Wuffe heißt für unsere Beziehung, für unsere geschäftliche Beziehung. Weil ich bringe ihm dann auch Hundefutter mit und kleine Geschenke für seinen Wuffe. Darf ich mir abspeichern, dass der Hund Wuffe heißt? Da ist ja die erste Frage mal, ist Wuffe überhaupt irgendwie personenbezogen? Also in dem Sinne, weil im deutschen Recht hast du ja einen Hund. Wuffe ist ja eigentlich eine Sache und hat das überhaupt mit der Person was zu tun. Und natürlich gibt es wahrscheinlich tausende Wuffis, aber im Endeffekt ordnest du Wuffi zu einer spezifischen Person hinzu. Also hast du auch einen Personenbezug da? Und ich würde sagen, nein, das geht dann nicht mehr, weil im Endeffekt, wenn ich einen Vertrag eingeben will mit der Person, ist es nicht erforderlich, den Hund zu kennen. Klar, es gibt den Vorteil. Du hast wahrscheinlich eine gewisse Kundenbindung mehr drin, weil man natürlich über die persönliche Ebene kommt, aber eigentlich gehört sowas nicht. Kannst du dir gerne abspeichern für dich, aber gehört sowas nicht im CRM, weil es halt einfach nicht erforderlich ist für den Zweck. Nicht vertragsrelevant. Wenn ich jemanden eine Kette verkaufen will, für seinen Hund auf der Wuffe eingraviert ist, dann schon. Ansonsten ist Wuffe nebensächlich. Klar, das ist ja eine Personalisierung des Gegenstands dann einfach. Und das wäre halt ein Vertragsbestandteil. Ja, macht total Sinn. So, Zweck. Wir haben gesagt, der Zweck ist wichtig. Welche Zwecke gibt es insgesamt? Was sind die wichtigsten Zwecke, wodurch ich rechtfertigen kann, dass ich Daten abspeichere? Du musst unterscheiden zwischen Zwecken und Rechtsgrundlagen. Also Rechtsgrundlagen, Zwecke gibt es mehrere. Du könntest zum Beispiel sagen, der Zweck ist halt jetzt zum Beispiel, wenn mir einer über ein Kontaktformular kommt, dann könntest du das rechtfertigen. Der Zweck ist eigentlich die Beantwortung der Anfrage. Dagegen ist eine Rechtsgrundlage, wir haben einen Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, ich darf nur Daten speichern und erheben, wenn ich halt eine Rechtsgrundlage dafür habe. Ansonsten darf ich überhaupt keine personenbeziehenden Daten erheben. Und Rechtsgrundlagen gibt es. Klassiker ist halt Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse. Dabei muss ich eine Abwägung zwischen den Unternehmensinteressen und den Interessen und Grundrechten und Grundfreiheiten des Users vornehmen. Du kannst eine gesetzliche Verpflichtung haben. So ist es jetzt zum Beispiel Datenerhebungen im Falle von Covid-19. Das heißt, wenn jemand ins Restaurant geht, erhebe ich halt Daten. Die werden erhoben auf einer Verordnung auf Landesebene, das ist auch erlaubt. Das ist auch eine Rechtsgrundlage. Genau. Und die letzte und eigentlich die letzte Ausweg, um Daten zu erheben, wenn ich keine andere Rechtsgrundlage habe, die einschlägig ist, ist die Einwilligung. Einwilligung, ist klar. Du, bei der Interessensabwägung, da erwege ich meine Interessen ab gegen seine Interessen. Stimmt das so? Richtig, genau. Also du kannst dir das ungefähr vorstellen, du hast auf den Firminteressen, dass du irgendwelche Daten speicherst. Das ist nicht, genau. Dann hast du die anderen, die gegensätzlichen Interessen. Dann ist es ein massiver Verstoß gegen seine Grundrechte oder Grundfreiheiten. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt. Das nennt sich die Erforderlichkeit. Da ist die Frage halt, gibt es ein milderes Mittel? Kann ich irgendwie die Daten auf eine andere Weise erheben oder geringer erheben? Also da spielen halt so Sachen mit rein wie, muss ich so viele Daten erheben? Kann ich nicht die Daten auch vielleicht anonym erheben? Das wäre auch ein milderes Mittel. Solche Punkte spielen da rein. Da kommen wir wahrscheinlich auch nachher noch bei einigen Fragen dazu, beim berechtigten Interesse. Ganz sicher. Du hast vorher noch was gesagt, nämlich das Webformular. Weil alleine, das wäre ein Interesse, wenn ich ein Webformular auf meiner Seite habe und mein Kunde schreibt da was rein und der hat ein Interesse daran, dass ich seine Anfrage beantworte. Da brauche ich kein Double Opt-in, richtig? Richtig, genau. Beim Kundenformular ist es also, im Gegensatz zum Newsletter, da brauche ich eine Einwilligung. Ich erkläre erstmal das Kundenformular. Beim Kundenformular würde ich sagen, kannst du entweder sagen, ich habe ein berechtigtes Interesse, die Anfrage zu beantworten oder ich sage sogar, es geht so weit, dass ja, wenn mich jemand anschreibt auf meiner Webseite, dann kann man schon sagen, das geht schon in die Richtung von vorvertraglicher Entscheidung, also das ist Vertragsanbahnung klassisch im Sinne. Das heißt, ich hätte in dem Fall sogar zwei Rechtsgrundlagen, auf die ich mich berufen könnte. Und dadurch, ich brauche keine Double Opt-in in dem Sinne, weil das Double Opt-in ist eigentlich nur die Gewissheit, dass ich die Einwilligung habe und dass ich eben dem, in dem Fall nicht den Falschen kontaktiere, dass ich zum Beispiel, ich könnte ja randommäßig irgendeine E-Mail-Adresse eingeben, der kriegt dann eine werbliche Ansprache, also ein Newsletter zugeschickt und da ist das riesige Problem, weil da ist diese Abmahngefahr. Die habe ich bei einer Kontaktformular nicht, die gibt es dort nicht. Ja, ja, ja. Ich habe genau diese Diskussion vor kurzem mit einer Kundin von mir geführt, Dirk Mainz, verbraucht beim normalen Anfrageformal auch ein Double Opt-in, genau aus dem Grund, weil sie könnte ja deine E-Mail-Adresse dort reinschreiben. Ja, und dann würde ich dir die Anfrage beantworten auf deine E-Mail-Adresse, obwohl du mich ja nicht danach gefragt hast. Also. Genau, da muss man dann, ja, ja, verstehe ich schon, da muss man halt den Kern der Sache natürlich anschauen, ob das dann eben die Beantwortung, ob die dann eine reine Information ist oder eben eine werbliche Anschreiben ist, aber ich verstehe diese Problematik natürlich, aber es wäre absurd, wenn ich den Double Opt-in dann eine Bestätigungs-E-Mail noch schicken würde. Danke, dass du das sagst. Das, was ich auf unserer Webseite habe, steht bei uns dabei. Es muss jedem klar sein, wenn er dieses Formular verwendet, dass seine Daten auch verarbeitet werden im Sinne eines CRM. Das steht auf unserer Seite drauf. Genau. Was man zum Beispiel in dem Sinne nicht braucht, ist eine Checkbox, um zu sagen, ich habe, ich willige ein in die Datenschutzerklärung oder sowas. Das ist immer eine relativ oft Fehlverbreitung oder Fehlwissen, Falschwissen in dem Sinne, weil eine Checkbox ist eigentlich, mache ich um AGBs oder Nutzungsbedingungen zu akzeptieren oder eine Checkbox benutze ich halt, um eine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinn einzuholen. Ich brauche aber nicht eine Datenschutzerklärung einwilligen. Das macht keinen Sinn. Das ist unsinnig. Die muss ich zur Kenntnis nehmen. Deswegen steht die auch immer im Footer unten. Kann ich jederzeit draufklicken von jeder Unterseite mit zwei, mit einem Klick oder bei einer App mit zwei Klicks. Das reicht vollkommen aus. Ich bin so froh, dass du das bestätigst, was ich meinen Kunden immer so sage. Ich bin auch Jurist, aber das juristische Halbwissen ist immer gefährlich. Vielen Dank, dass du das so sagst. Anderes Thema. Also bei Kunden ist jetzt klar, ich darf Kundendaten abspeichern, weil da wäre juristisches Interesse, also einen Zweck und eine Rechtsgrundlage dafür. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt Kundendaten zum Beispiel kaufe? Das machen ja viele. Man kann sich ja eine Liste kaufen. Die spiele ich dann ein ins CRM. Darf ich das schon, obwohl der Kunde jetzt noch keinerlei Einwilligung gegeben hat, mit dem Interesse, dass ich den Kunden jetzt auf legalem Weg kontaktieren möchte in Zukunft? Ja, ja, okay. Eine potenzielle Interessentenliste. Du musst dir eigentlich im Vorfeld fragen. Klar, ich kann irgendwie sagen, zu Direktmarketing habe ich eine Rechtsgrundlage, das berechtigt das Interesse. Das heißt, das wird auch so anerkannt in der DSGVO. Die Frage ist nur, kann ich diese Daten überhaupt verwenden? Das heißt, wenn ich die einkaufe und der Verkäufer hat einfach die nicht datenschutzrechtskonform eingeholt, dann kann ich sie auch nicht weiterverwenden. Das heißt, eigentlich müsste an erster Stelle der Verkäufer Daten erhoben haben, dafür eine Einwilligung bekommen haben und auch mitgeteilt haben, ich gebe diese Daten oder verkaufe die an ein weiteres Unternehmen weiter. Eventuell kann er auch mit Kategorien von Veräußerern informieren. Dann kann ich die auch verwenden. Und ansonsten habe ich halt das Problem, dass du im Rahmen, jetzt kommen wir nämlich zu der tollen Sache der Abwägung beim rechtlichen Interesse, muss ich mich nämlich immer fragen im Rahmen der Abwägung, muss ich UWG beachten, das ist im deutschen Raum, nennt sich das unlautere Wettbewerb. Das muss ich mit einbeziehen und da, nach dem Gesetz unlauterem Wettbewerb, brauche ich immer eine Einwilligung für eine werbliche Ansprache. Vorsicht aber, per elektronischer Kontaktaufnahme. Also es gibt einen Unterschied, ob ich jemanden telefonisch kontaktiere oder elektronisch oder auch Briefwerbung zum Beispiel mache. Also Brief, Telefon ist okay, E-Mail nein. Gibt es so? Kann man so sagen. Also man kann sagen, Brief ist vollkommen in Ordnung. Das geht über das Bericht Interesse, das kann man machen. Bei Telefon ist so ein bisschen Graubereich, da sagt man so, ein mutmaßliches Interesse ist gerechtfertigt. Das heißt, wenn er irgendwie Interesse haben könnte, kann ich ihn auch anrufen. E-Mail ohne Einwilligung geht nicht, weil eben man Aspekte vom UWG beachten muss bei der Abwägung und dann fliegt man immer raus, weil es immer zugunsten das User sein wird. Ja, verstanden. Das heißt, es ginge, dass ich wie einen, ich wollte gerade sagen, einen Studenten, aber jemanden hernehme, der mich dafür bezahle, dass man eine Liste aus Google heraussucht mit allen Unternehmen, die jetzt zum Beispiel ein bestimmtes CRM im Einsatz haben. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das findet man über Google nicht. Ich suche mir eine Liste von allen Pharmaunternehmen in Deutschland. Das geht. Und da sucht ihr mir alle Pharmaunternehmen mit einer Webseite und auch einer Telefonnummer zum Beispiel und auch der Adresse, weil die Adresse ist ja frei zugänglich übers Impressum. Könnt ihr ja machen, oder? Das darf ich mir abspeichern. Das würde gehen. Dann darf ich denen einen Brief schreiben. Die Leitung war nicht optimal, deswegen haben wir jetzt die Location gewechselt. Außerdem hat sich der Hauke einen Rechtsberater geholt im Hintergrund. Sehen Sie vielleicht. Jedenfalls, wir waren gerade bei einem spannenden Thema. Nämlich, was darf ich mit gespeicherten Daten machen und was nicht? Wir haben gesagt, wir dürfen uns einen Studenten nehmen, der uns eine Liste mit allen Pharmaunternehmen in Deutschland zusammensammelt, die Adressen dazu gibt und die Telefonnummer. Und dann dürfen wir dort anrufen am Empfang und fragen, wer ist zuständig für? Wer ihn könnte interessieren? Das darf ich noch machen. Genau, vollkommen richtig. Auf erster Ebene, wenn ich Unternehmensdaten anreichere, habe ich ja eh keine personenbezogenen Daten. Ich falle maximal bei personenbezogenen Daten da rein, wenn ich dann einen direkten Ansprechpartner habe und da vielleicht eine E-Mail-Adresse habe. Dann habe ich Name, Vorname. Das hat natürlich Personenbezug bzw. eine E-Mail-Adresse von der Firma, wo in der E-Mail-Adresse natürlich der Personenbezug drinsteht. Das heißt, ich habe nicht jetzt eine Max Mustermann at affenhausen.de zum Beispiel wäre personenbezogen. Dagegen wäre info at affenhausen.de zum Beispiel kein personenbezogenes Datum mehr. Und theoretisch, was er erlaubt ist, ist, ich kann eigentlich ohne Probleme dort anrufen, wenn die irgendwie, wenn ich der Meinung bin, sie haben mutmaßliches Interesse und kann mich eigentlich durchstellen lassen zu der Ansprechperson in dem Sinne. Was nicht geht, ich kann denen halt keine E-Mail schicken, weil sonst, stell dir mal vor, wie jedes Unternehmen macht das, dann habe ich jeden Morgen einfach 200 E-Mails von irgendwelchen Unternehmen, die ich nicht kenne. Geht halt nicht, weil und ich glaube, der Unterschied einfach auch, warum ich eine Post schicken kann, ist auch der, weil ich in dem Sinne ist ein Post deutlich höherer Kostenfaktor und Aufwand, was zu schicken. Aber eine E-Mail an 200 Unternehmen ist ein Mausklick. Das schwören noch immer sehr viele auf Post. Wir persönlich sind E-Mails tausendmal lieber, weil die habe ich schneller geöffnet und auch schneller gelöscht. Aber das ist ein eigenes Thema. Das ist halt vom Gesetzlichen her so. Wenn ich jetzt dort anrufe in Affenhausen und erfahre dort, dass der Ansprechpartner der Adriano Celentano ist und wer durchstellt zum Adriano Celentano und sagt, Hallo, euer Celentano, ich habe da etwas für Sie, das für Sie spannend sein könnte. Er sagt, ja gut, schicken Sie mal was, dann gibt er, und dann frage ich er, an welche E-Mail-Adresse, sagt er, Adriano.celentano.at.affenhausen.de. Das ist der Moment, wo ich jetzt argumentieren werde, ich bekomme seine E-Mail-Adresse von ihm, ich darf ihm jetzt auch etwas schicken. Und ich würde jetzt argumentieren, ihm muss auch klar sein, dass ich das in irgendeine Art von CRM reinschreibe. Folgt diese Argumentation der Gesetzgeber? Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber diese folgt, aber es ist eigentlich Usus in dem Sinne, dass, wenn er dir aktiv eine E-Mail-Adresse gibt, sehe ich das als eine aktive Einwilligung, dass man ihm die dementsprechenden Informationen zukommen lassen kann. Ist natürlich die Frage, für welchen Grund gebe ich die E-Mail-Adresse. Wenn er sagt, schicken wir mal ein Angebot rüber, dann schicke ich das Angebot in dem Sinne rüber. Da ist eben der Zweck, er kriegt halt ein Angebot zugeschickt, wenn man das jetzt vereinbart hat. Aufpassen muss man halt, dass man ihm dann nicht einen Newsletter-Verteiler einfach reinsteckt, weil dafür hat er jetzt in dem Gespräch, war er jetzt nicht davon, dass er im Newsletter-Verteiler landen sollte, sondern erstmal einen Vertragsentwurf bekommen kann. Das sind natürlich dann zwei verschiedene Zwecke, woran wir sind und dadurch haben wir auch zwei verschiedene Rechtsgrundlagen. Das eine wäre eine Einwilligung, hey, schick mir mal deinen Newsletter regelmäßig oder regelmäßige Informationen zu deinen Dienstleistungen, bin daran super interessiert, Punkt, sind wir klar in der Einwilligung drin. Wenn er aber sagt, schick mir mal ein Vertragsangebot oder was ihr denn überhaupt noch auf dem Kasten habt, dann sind wir Rechtsgrundlage, Vertragserfüllung. Ist klar, verstanden. Anderer Unterschied. Ja, das heißt, ich muss immer das schicken, worum er mich bittet. Darf ich ihm dann per E-Mail auch fragen, was mit dem Angebot jetzt ist? Ja, klar darf ich. Also im Endeffekt, genau, da sind wir in dem Bereich da auch, wie lange darf ich Daten aufbewahren, wie lange darf ich sie speichern. Im Endeffekt darf ich sie speichern, bis ich nicht mehr damit rechnen kann, dass eine Vertragserfüllung kommt, dann muss ich löschen. Ich kann natürlich mal nachfragen, ist überhaupt kein Problem. Okay, ich fasse nochmal auf das Sammel. Ich darf organisationsbezogene Daten speichern, auch im Vorfeld, bevor ich mit jemandem in Kontakt getreten bin. Ja. Personenbezogene erst mit Einwilligung, stimmt das so? Nicht unbedingt, personenbezogene darf ich auch speichern. Dafür brauche ich eine Rechtsgrundlage in dem Sinne. Und da muss ich mich halt fragen, habe ich ein berechtigtes Interesse, habe ich eine Vertragserfüllung zum Beispiel oder eine Interessenerfüllung? Die habe ich wahrscheinlich noch nicht, weil ich ja noch nicht mit der Person in Kontakt getreten bin. Oder habe ich die Einwilligung? Und dann ist immer die Frage, für welchen Zweck benutze ich sie? Wenn ich jemanden kontaktieren würde, ich finde heraus über das Internet, im Impressum der Geschäftsführer von der PD-Experts ist der Bernd Auer. Darf ich den Bernd Auer was schicken, was darf ich denn schon abspeichern? Weil der vielleicht ein berechtigtes Interesse an meiner Dienstleistung haben könnte. Abspeichern darf ich das ja, weil es um öffentliche Daten sich handelt, die aus einer gesetzlichen Verpflichtung herkommen. Im Impressum ist 5-Telemedien-Gesetz. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Es wird problematisch, wenn ich andere Daten abspeichere, die nicht öffentlich sind. Wobei mir nicht die Einwilligung gegeben hat. Stichwort, natürlich gutes Beispiel dagegen, ist natürlich die Visitenkarte. Wenn jemand die Visitenkarte in die Hand drückt, ist ganz klar, oder muss der anderen Person klar sein, hey, er speichert mich in den CRM ab, vollkommen klar. Und ich würde es auch als Konkludent der Einwilligung sehen dafür. Dass er mir anschreibt. Nicht, dass er mir einen Newsletter schickt, per se. Genau, das ist nicht damit gemeint. Genau, sehe ich aus. Das ist wichtig. Bei diesen freizugänglichen Daten, da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Weil ich glaube, 80% aller berufstätigen Deutschen sind entweder auf Xing oder auf LinkedIn. Oder beides. Was passiert mit freizugänglichen Daten auf LinkedIn? Darf ich die auch schon abspeichern? Im Vorfeld müssen wir da natürlich bedenken, was steht in den Nutzungsbedingungen drin. Ich könnte mir vorstellen, dass in den Nutzungsbedingungen vom beruflichen Netzwerk schon mal von vornherein steht, dass ich die eigentlich nicht explizit aus dem Netzwerk rausziehen darf und abzuspeichern. Dann ist wieder die Frage, theoretisch kann ich alles machen, weil ich alles mit einem Berichtinteresse argumentieren kann. Ich muss mich dann in zweiter Stelle nur fragen, wofür will ich sie verwenden? Will ich sie für eine werbliche Ansprache verwenden? Habe ich halt ein Problem? Weil dann fällt eigentlich auch im Vorfeld die Abwägung um, weil ich sagen kann, okay, ich kann sie für die werbliche Ansprache nicht verwenden, wenn ich nicht die E-Mail-Adresse oder auch irgendwelche anderen Daten explizit dafür erhalten habe, um den User des beruflichen Netzwerks kontaktieren zu können. Das geht dann in dem Fall zum Beispiel nicht. Okay. Also mir wäre es persönlich relativ egal, was denn in den Nutzungsbedingungen drinsteht, weil das hat nichts mit der DSGVO jetzt zu tun. Wenn LinkedIn sagt, ich darf die Daten nicht herausnehmen, wenn ich Copy-Paste mache mit LinkedIn, dann muss LinkedIn auch klar sein, dass ich da die Daten rausnehme. Das heißt, da sind mir die Nutzungsbedingungen in dem Zusammenhang nicht dramatisch wichtig jetzt, um ehrlich zu sein. Verstehe ich. Ja, klar, verstehe ich. Das hat also nichts mit der DSGVO zu tun. Da mache ich mich mit dem deutschen Rechtsstaat keine Probleme, wenn ich das mache, gell? Ne, würde ich jetzt nicht sagen. Ich verstoße gegen die Nutzungsbedingungen in dem Sinne, aber mit der DSGVO hat das nichts zu tun. Die DSGVO spielt eigentlich nur eine Rolle, dass ich mir in zwei Fragen eigentlich stellen muss. Da habe ich eine Rechtsgrundlage, um Daten zu speichern und muss ich halt darüber informieren, dass ich die Daten speichere. Das sind die beiden Punkte, die mich interessieren. Verstanden. Es gibt ja so Tools wie Snap-Eddy, die helfen einem davon, die Daten zum Beispiel von Xing oder LinkedIn herauszuziehen. Man kann es dann anreichern, um die Daten, die man im Impressum findet, also auch freizugängliche Daten. Das heißt, ich habe da sowohl personenbezogene als auch organisationsbezogene Daten, die alle frei zugänglich sind. Nach der Argumentation jetzt würde ich sagen, ich darf das auch in meinem CRM abspeichern, richtig? Genau, das stimmt auch. Ich muss mir halt immer fragen, wie ich vorher schon erwähnt habe, von wem ging die erste Information aus, also die erste Kontaktaufnahme aus und ob ich dann eben, wofür nehme ich die Daten her? Also ich meine, mir bringen Daten nichts, wenn ich halt eigentlich sie zur werblichen Ansprache nutze, sie aber nicht nutzen kann. Das heißt, das bringt mir gar nichts. Wenn ich aber einen Erstkontakt hatte, der unproblematisch vom Kunden ausgeht, er mir eben die E-Mail-Adresse in dem beruflichen Netzwerk gegeben hat, dann kann ich die Daten natürlich auch ohne Probleme anspeichern und habe quasi die Einwilligung dafür erhalten. Ich muss halt nur überlegen, dass ich halt das dokumentieren kann. Verstanden. Das heißt, es würde so gehen, dass ich sage, ich suche mir auf LinkedIn zum Beispiel alle Verkaufsleiter von Pharmaunternehmen in Deutschland, weil ich ein Produkt habe, das speziell für Verkaufsleiter interessant ist. Suche mir über Snap-Eddy sowohl die organisationsbezogenen als auch die personenbezogenen Daten zusammen, spiele die in mein CAM rein und dann gehe ich aber den Weg über die Zentrale mit Telefon oder per Post und schreibe ihn an und frage, ob meine Dienstleistung interessant ist für ihn. Genau, das würde auf jeden Fall gehen. Darf ich machen? Okay. Snap-Eddy hat auch eine Funktion, mit der man eine E-Mail-Adresse, man bekommt eine Indikation auf eine E-Mail-Adresse, weil Snap-Eddy schaut, welche E-Mail-Adressen sind frei zugänglich und erkennt daraus, typischerweise bei einer Firma ist es vorname.nachname.at.affenhausen. Und ich weiß, dass mein Ansprechpartner der Adriano Celentano ist. Das heißt, Snap-Eddy sagt mir mit einer 81-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist es Adriano.celentano.at.affenhausen.de. Diese Information darf ich abspeichern. Ich darf sie nur nicht verwenden, ohne Einwilligung vom Adriano, richtig? Richtig, würde ich auf jeden Fall sagen, weil diese Information hat er ja nicht frei irgendwo zur Verfügung gestellt. Die wird jetzt zusammengebaut. Das wird die Kollegen von Snap für die auch freuen, dass du das bestätigst. Ich meine, die haben einen sehr guten Datenschutzexperten, auch wenn der nicht eh bei euch ist. Jedenfalls, jedenfalls, okay, das beantwortet schon sehr viel. Danke dafür. Es gibt Tools, wie zum Beispiel Leadfeeder oder PipeRef zum Beispiel kann das auch, das erkennt, wenn Unternehmen auf deiner Seite gewesen sind, anhand der IP-Adresse. Also gibt es ja nun ein Verzeichnis, da stehen alle Firmen drinnen und die dazugehörigen IP-Adressen. Und das sagt mir, dass jemand von datenschutzexperte.de auf meiner Seite gewesen ist. Keine personenbezogenen Daten an der Stelle. Ich arbeite jetzt natürlich wieder so, dass ich bekomme die Information, datenschutzexperte.de war auf meiner Seite. Ich gehe auf Snap-Addy, schaue, wer ist dort der zum Beispiel Verkaufsleiter, finde mir dort die richtige Person über Xing oder LinkedIn. Das verwendet nämlich Snap-Addy im Hintergrund und habe dann eine Firma und die personenbezogenen Daten. Das darf ich auch noch, oder? mit der IP-Adresse, wenn ich dich richtig verstehe. Na ja, an der ersten Stelle müssten wir natürlich überlegen, ich erhebe die IP-Adresse. Das heißt, die IP-Adresse, das habe ich im Eingang sehr schon erwähnt, kann man als Online-Erkennung klassifizieren. In dem Sinne kann ich natürlich sagen, okay, vielleicht muss man wieder schauen, ist es eine statische IP-Adresse oder nicht, in dem Sinne, wenn es keine statische IP-Adresse ist. Weil ich glaube, das funktioniert ja nur mit der Erkennung bei Leadfeeder glaube ich über die statische IP-Adresse eines Unternehmens. Aber selbst dann kann ich ja den Personenkreis relativ weit runterbrechen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich Leadfeeder einsetze, sollte man wahrscheinlich generell erstmal für diesen Einsatz des Tools eine Einwirkung einholen, weil es eine Art von Tracking auf erster Ebene stattfindet. Das heißt, da brauche ich halt den klassischen Cookie-Banner, den wir alle kennen und lieben. Super nervig, kommt überall vor, muss man halt ab und zu erlauben oder nicht, aber gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt meine Erlaubnis erteilt, ich tracke, erkenne, okay, der Max Mustermann ist gerade bei mir gewesen auf der Seite und dann reiche ich das komplett an. Die Max Mustermann GmbH bei uns auf der Seite. Genau. Und dann sucht ihr dir einfach Daten von Funktionsträgern der Firma, nehme ich mal an, die öffentlich auf der Seite sind. Über Xing oder LinkedIn oder auf der Seite selber, genau. Genau. Das kannst du machen. Ich meine, die sind ja wieder öffentlich eingänglich. Wieder dieselbe Frage halt, was habe ich mit den Daten vor? Muss ich mir halt fragen, kann ich die überhaupt anschreiben? Sonst habe ich halt das Problem, dass ich sie halt im Vorfeld gar nicht erst rechtskonform erhoben habe. Ja, ist klar. Verstanden. Also man braucht diese Erklärung, also den Passus in der Datenschutzerklärung beim Cookie-Content, dass man jetzt mit Leadfeeder oder in dem Zusammenhang auch mit Pipedrive arbeitet, weil Pipedrive hat das auch, diese Funktion. Das brauche ich ansonsten. Dieser Weg ist genau der gleiche, wie den man vorher beschrieben hat. Wenn das jemand sehen möchte, einmal, wie das funktioniert, weil wir machen es genauso, gerne einfach melden. Das ist ziemlich praktisch. Okay. Kurzer Einwurf noch. Ich habe ja auch manchmal gesagt, man muss den Rechtsgrundlag auf erster Ebene haben. Dann braucht man diese Informationspflicht. Diese Informationspflicht kann man natürlich auch bei Kontaktaufnahme nachkommen und sagen, hier im Footer ist die Datenschutzerklärung oder die Informationen und dann kann man auch sagen, okay, wir haben die Daten gerade in unseren CRM niedergelegten gespeichert. Also das ist, glaube ich, eher das geringere Übel. Schwieriger ist wirklich, auf erster Ebene Daten zu erheben und dann eben für den jeweiligen Zweck auch zu verwenden. Ja, verstanden. Und solche Sachen auch im CRM dokumentieren, vermute ich, bringt auch viel. Genau. Bei PipeShop zum Beispiel arbeitet man mit Aktivitäten, da schreibe ich da rein, der Kunde hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben, damit ich ihm einen Prospekt schicke. Genau, super. Also im Grunde ist eigentlich, wenn ich irgendwas nachweisen kann, dokumentieren kann, ist man als Firma schon datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite, weil man halt was an der Hand schon hat. Das Gefährlichste ist immer, irgendwelche Kundenlisten generell zu haben, auch Kundenlisten, die dann zusammengewürfelt werden und ich nicht mehr nachvollziehen kann, wem schicke ich gerade den Newsletter und die anderen sind vielleicht Bestandskunden. Und dann schicke ich komplett der ganzen Liste was, dann bin ich sehr, sehr in tiefem Fahrwasser, wenn ich sowas mache. Ist klar, ist klar. Pipeloft kommt jetzt gerade mit einer neuen Funktion heraus, nämlich den Versand von Newsletter. Integrierte Funktionen, super spannend. Also ich kann Ihnen gerne einmal zeigen, wenn es sich interessiert, wie Pipeloft damit umgeht. Hauke, das ist super spannendes Thema. Trotzdem würde ich gerne wissen, was datenschutzexperte.de jetzt noch einmal genau macht. Womit beschäftigt Sie euch den ganzen Tag? Ja, im Grunde beschäftigen wir uns natürlich mit Datenschutz, wie wir schon gesagt haben. Im Endeffekt ist das Prinzip, was wir machen, wir unterstützen KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung der DSGVO, indem wir den Datenschutzbeauftragten stellen, den Datenschutzbeauftragten, wer es weiß, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass halt ab 20 Arbeiter, die regelmäßig mit personenbezügend Daten arbeiten, man einen Datenschutzbeauftragten stellen muss. Das kann intern, extern sein. Diese Person sollte halt eine gewisse Fachkompetenz mit sich bringen und qualifiziert genug sein. Deswegen ist unser Modell halt, dass wir halt diesen Datenschutzbeauftragten als ein Team stellen. Das heißt, wir sind ein Team aus lauter Juristen, die sich da auskennen, beraten und das Ganze machen wir mit Hilfe unseres Datenschutzmanagement-Software, die nennt sich ProLiance 360. Die ist sehr innovativ, sehr viel wird da automatisch gemacht, Firmen werden automatisch gescannt sozusagen und man hat einen Compliance-Score und kriegt Maßnahmen vorgeschlagen, wie man den Datenschutzkonformer sich besser aufstellt. Das heißt, wenn ich eine Firma habe, die mehr als 20 Mitarbeiter hat oder die kleiner ist und der Datenschutzbeauftragte besonders wichtig ist, dann kann ich euch anrufen und sagen, hey, bitte helft es mir. Ich möchte mit wenig wenig Aufwand haben und ja, und du sagst, okay, das und das müssen wir tun. Genau, richtig. Also im Endeffekt noch, es kann auch sein, dass du unter 20 Mitarbeiter dann die Daten verarbeiten, einen Datenschutzbeauftragten brauchst, wenn du zum Beispiel sehr sensible, sehr Personen, also Gesundheitsdaten verarbeitest, dann brauchst du immer einen Datenschutzbeauftragten quasi. Aber klar, bitte helft, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, helfen den Unternehmen, wie sie was umsetzen sollen. Die DSGVO bringt ja Unmengen an Anforderungen mit sich, die egal, die unabhängig davon, ob ich einen Datenschutzbeauftragten brauche, muss jedes Unternehmen die halt erfüllen auch. Ist halt einfach so. Das kann man diskutieren, ob es lustig ist oder nicht, aber es ist halt einfach so. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Genau. www.datenschutzexperte.de Also ihr findet uns unter www.datenschutzexperte.de online. Ihr könnt aber auch einfach eine E-Mail schreiben an meinen Kollegen Stefan Gansorn, also s.gansorn.datenschutzexperte.de oder auch direkt findet ihr euch, uns online die Telefonnummer, einfach mal anrufen, sich ein bisschen erkundigen. Dann werden wir euch ein bisschen informieren über die Pakete, die wir haben, über die Software. Kann man auch gleich einen Termin vereinbaren und sich das einfach mal anschauen, einfach mal wirken lassen, ob das was für Firmen ist. Genau. Und eigentlich, wir sind breit aufgestellt von traditionellen Unternehmen über Startups im Tech-Bereich oder E-Health-Bereich bis hin zu wirklich etablierten Firmen, die auch Unternehmensverbünde haben und an mehreren Standorten unterwegs sind. Also individuell, jeder Bedarf soll abgedeckt sein. Ich habe im Vorfeld auch mit Stefan gesprochen über eure Dienstleistungen und das, was wir da herausgestrichen haben, meine Erfahrung ist sehr oft mit internen Datenschutzbeauftragten, dass sie sicherheitshalber viel strenger sind, als sie eigentlich sein müssten. Ich würde sagen, das geht auf meine Kappe. Unkündbar, glaube ich, als Datenschutzexperte ist man unkündbar. Das heißt, man verhindert, du schaust gerade, stimmt das nicht? Man hat einen besonderen Kündigungsschutz. Besonderer Kündigungsschutz, sehr genau. Das macht auch Sinn irgendwo. Ja, klar, logisch. Aber der Datenschutzexperte kann sagen, nein, wir machen kein neues CRM, weil aus irgendwelchen Gründen, die mir halt einfallen, obwohl die vielleicht sogar nicht im Gesetz stehen. Also meine Erfahrung ist, dass sehr viele internen Datenschutzexperten aus Selbstschutz heraus, weil sie haften ja bis zum Wissen gerade auch dafür, weil sie nicht dafür, strenger sind, als das der Gesetzgeber vorschreibt. Das, was ich mit dem Stefan besprochen habe, ihr seid tatsächlich, also ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus, logischerweise, als jetzt ein Datenschutzbeauftragter, der es nicht hauptberuflich macht. Und zweitens, seid ihr da, wie soll ich sagen, ihr probiert es schon, dem Unternehmen zu helfen und nicht eure persönliche Haut zu retten. Also so ist es, das macht total Sinn, dass man euch da engagiert, finde ich. Haben wir auch überhaupt kein Interesse. Also wir sind abgesichert in der Hinsicht, aber wir können halt auf ein Team von fachkräftigen, qualifizierten Leuten zurückgreifen und wir haben ja kein Interesse daran, irgendwie, dass unser Kunde irgendwie eine Datenschutzverletzung begeht oder sowas. Das heißt, wir wollen eigentlich proaktiv, dass nichts passiert und dass unser Kunde bestmöglich aufgestellt ist und im besten Fall nicht bis auf die Meldung des Datenschutzbeauftragten nie was von der Aufsichtsbehörde natürlich hört. Ja, klar. Und er ermögelt die Sachen und verhindert es nicht. Also das ist für mich so wichtig. Hauke, vielen Dank. Schönen Tag. Ja, hat mich sehr gefreut und wünsche auch dir einen schönen Tag und auch den Zuhörern. Hat viel Spaß gemacht und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau. Vielen Dank. Schönen Tag. Ciao. Juhu. 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 Vielen Dank.